Achtung, vor, mach! Ein weiterer Dank an die Sankt-Serie-Johann-Baptist-Bruderschaft aus Hülken mit dem Pommler-Bohr sowie ihren Präsidenten Leo Freuden in Königsbahn, Andrea und Uwe Wildenski Applaus 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 Sowie Ihrem Präsidenten Hermann Julius Peters Und dem Kaiserpaar Andreas und Jenny Bautz Applaus 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 Ein Dank an die Sankt-Egidius-Schützenbruderschaft aus Kreuzfahrt mit dem Promlok-Hoch, sowie dem Präsidenten Michael Driessen, dem Königspaar Manfred und Andrea Mengele, die ebenfalls auch die Kaiserwörterin gehabt haben. Ein Dank geht auch an die Sankt-Egidius-Schützenbruderschaft aus Millen mit dem Promlok-Hoch, sowie Ihren Präsidenten Gerich Hacker, dem Königspaar Ralf und Brigitte Gerraths, dem Kaiserpaar Theo Ruhens und dem Schülerbinden Ilian Heinrichs. Applaus Wir begrüßen die Sankt-Egidius-Schützenbruderschaft Sankt Joachim Chirwallenrath mit dem Musikverein, Ihrem Präsidenten Gerd Tewis, dem Königspaar Markus Darmanns, dem Jugendprinzen Marvin Schwenken. Applaus Auch ein Dank an die Sankt-Martini-Schützenbruderschaft aus Isenbrock mit dem Promlok-Hoch, der stellvertretenden Präsidentin Ruth Semmerins, dem Königspaar Forsten und Birgen Altmann, und dem Reiterpaar Harry Nietzsche. Applaus Ein weiterer Dank an die Sankt-Sebastianus-Schützenbruderschaft aus Saffel mit dem Musikverein, ihrem Präsidenten Julie Peters, sowie dem Kaiserpaar Josef und Hildegard Kitschen. Applaus Applaus Ein Dank an die Sankt-Johan von Dippo-Muff Bruderschaft aus Haver, mit ihrem Präsidenten Björn Svoboda und dem Königspaar Günther und Anja Ströckens, sowie dem Schülerprinzen Jan Beule. Applaus 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 Wir bedanken uns bei der Sankt-Peter-M물utschüsse Bunderschaft aus Tschelburg, und ebenfalls aufgehen noch mit dem Drumlauvor. Applaus Applaus Mit Königsma Gerrit Stimson, der Damenkönigin Molina Küstos und ihrer Schülerprinzessin Fabienne Backhaus. Mit Königsma Gerrit Stimson, der Damenkönigin Molina Küstos und ihrer Schülerprinzessin Fabienne Backhaus. Mit Königsma Gerrit Stimson, der Damenkönigin Molina Küstos und ihrer Schülerprinzessin Fabienne Backhaus. Mit Königsma Gerrit Stimson, der Damenkönigin Molina Küstos und ihrer Schülerprinzessin Fabienne Backhaus. Die St. Nikolais Schütze-Bundeschaftsstaat bedankt sich bei allen Gästen und Anwesenden, die uns bei diesem feindlichen Dekanalschützenfest unterstützt und besucht haben. Danke. 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 Thank you. Thank you. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.